Im wunderschönen Kanton Grobünen bei Mainfeld befindet sich das Heididorf. Nach nur einem kurzen Spaziergang befindet man sich schon mitten im Dörfchen, wie zum Beispiel hier vor dem Rathaus mit der Schule. Selbstverständlich treffen wir hier auch auf Heidi, den Geisenpeter und den Grossvater. Musik Am nächsten Tag im Heididorf muss man auch wieder nach Hause fahren. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020